Hallo, mein Name ist Michael Schröter. Ich bin Neuro-Tango-Practitioner im Stuttgarter Raum und Teil eines Verbundes von über 130 Neuro-Tango-Practitionern in über zehn Ländern. Besonders erfolgreich ist der Neuro-Tango für neurologisch und neurodegenerativ erkrankte Menschen. Wichtig, ganz wichtig ist, dass keine Vorkenntnisse bezüglich Tanzen oder Musik notwendig sind. Falls Sie mehr Informationen wissen möchten zum Thema Neuro-Tango mit Einzeltrainings oder mit Gruppentraining, dann können Sie mich gerne kontaktieren. Ich würde mich sehr freuen und wünsche Ihnen alles Gute.